Schatz! Hier guck mal! Nein! Nein! Hier! Hier Schatz, guck mal! Der war gut, Stefan! Danke, danke! So voll in der Notsituation, erstmal tanzen. Guck mal, es kann! Guck mal! Mit Kronen gehen wir rein. Auweih, auweih, auweih. Die ist ganz abgesprungen, hallo? Oh, jetzt mach ich die Kiste auf, da landet die Waffe draußen. Ist das denn normal? Erster Gegner hier oben. Im Automat kann man eine blaue DMR tauchen. Erster liegt. So, das müssen sie aber mal felsmäßig beheben, das hier. Ey! Ey! Ey, was hat denn der für eine Waffe? Schnell, 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 schnell! Schatzi, komm zu mir! Meine Krone doch, Schatz. Komm doch, einfach. Ich guck doch, wo du bist. Ich seh dich doch nicht. Die töten mich jetzt. Damit ist meine Krone weg. Komm jetzt weg! Ich komme, ich komme. Werde mal ruhig. Mach mich ein bisschen nervös, bitte. Seht ihr, wo ich bin? Ja, ja. Hier ist einer bei mir. Geht schon gut los. Warte, warte. Oh, hier kommen noch zwei. Rechts von euch, genau. Da ist er. Oh, der war direkt über mir. Oh, ey, der baut sich ein. Der ist tot. Hinten noch der andere noch. Wo ist der Mischer? Schon tot. Krone retten. Ich bin schon tot, ja, ja. Ich habe gerade die Krone mitgenommen. Macht ihr die zwei. Achtung, Achtung. Ich hole den Papa. Der hat die Krone. Wir müssen ihn erschließen. Irgendeiner hat die Krone. Ich gehe den Papa wieder bewegen. Aber wo ist der? Ich meinte, wo der Stefan hingeschossen hat, unter der Treppe. Stefan, wo ist der? Keine Ahnung. Oder da unter dem Gebauten. Da ist er drin. Ja, ja. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der hat mich. Ich hole die Krone. Ich rette die Krone. Schatz. Ja. Hier, guck mal. Ah, nein. Nein. Hier. Hier, Schatz, guck mal. Das war gut, Stefan. Danke, danke. So voll in der Notsituation. Erst mal tanzen. Guck mal. Guck mal, es kann. Guck mal, es kann. Guck mal. Wir gehen jetzt zu Conny Crossroad da. Auto. Hier. Hier, unter dem. Nee, mach mich nicht tot. Mach mich nicht tot. Komm doch, eine Kracksau. So, ich kann direkt schon aufhören. Ich hab später keinen Bock mehr. Was ist das? Das ist der Ventilator. Der feine Herr. Oh, 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 da geht es aber los hier. Oh ja, geil. Es ruckelt bei mir gerade total. Und noch einer. Bei mir ist auch einer, aber die liegt. Die zweite liegt. Also die ist direkt zusammengefallen. Hier bei mir, Stefan, bei mir im Raum. Warte mal, warte mal. Ich habe keine Muni mehr jetzt. Ich habe gleich keine Muni mehr. Und kein Leben mehr. An der Treppe wieder Platz. An der Treppe ist er. Der kommt jetzt zu dir. Und der Bot ist auch sauer. Die kommt zu dir. Ah, schade. Nadine? Bei der Mama ist einer. Guck mal, wo die Mama ist. Die hat immer noch viel. Boah, Alter, das waren jetzt drei Gegner gleichzeitig. Warum schießen der Bot schon wieder? Das kann nicht sein. Mann, nein! Da habe ich keinen Bock mehr heute drauf. Da oben, guck mal, der Kopf kommt raus. Bester Mann. Hast du den gekriegt wenigstens? Ja, was auch, der hat auf unten den gezielt, ne? Der ist auch tot. Da ist irgendjemand am Snipern. Der will bis in den Schluten gehen. Ah, das ist meine Karte, Schatz. Boah, warum muss das denn so warm sein? Da unten ist er. Guck, siehst du da hinten geradeaus rechts. Nach der Blume unten. In einem Gebäude unten. Direkt an der Tür. Jetzt rennt er Richtung Bot. Der rechte Richtung Bot. Da, guck mal hinten dran. Da in dem Gebäude. Jetzt rennt er vorne wieder raus. Oha! Oha! Schild ist Crack. Oder krabbelt der? Nee, da hinten rennt er weg. Ich will mal dein Schild auf und hat ihn genau. Erstmal Karten holen, sonst ist es gleich zu spät. Brigitte und Micha, die liegen zusammen direkt. Da ist der Gegner! Da ist einer! Jawoll. Geil. Karte holen. Jetzt ins Haus rein. Hinten dran. Woher? Rein. Du bist im Haus. Hinten dran. Hinten dran, da. Da. Kannst du drehen die Kamera? Das reicht. Bin zu angespannt. Ich drehe jetzt nichts. Da kommt einer! Boah! Vorsicht! Noch einer, noch einer! Lauf weg, lauf weg, lauf weg! Ins Auto! Nicht da lang! Da ist noch einer! Fahr, 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 fahr! Rechts runter, genau! Und aus! Rausteigen! Warte, warte erst! Das hat schon jemand gebaut, das ist guter Schutz! Geh rein jetzt! Ne, kanns hingehen, das keiner, das keiner, die! Ja, lass mich schon drehen! Bevor die Leute aufrücken von hinten! Abfußer Brücke! Jawoll! Sehr schön! Gut geschießt! Wir fliegen direkt nicht ohne, oder? Gut! Wie gut ist das? Nein, da ist noch einer! Ist er? Liegt da tot? Ich hab eine Krone! Ich lass mich jetzt eine Krone haben! Ich lass mich jetzt eine Krone haben! Nur auf die Wappen! Ach, bei mir ist auch ein Gehmer! Versteckt sich da hinterm Stein! Hinter uns auch einer! Warten! Wo war der bei dir? Da oben! Blieb! Schlag! Wir sind, hat er Waffen? Ne, eine Revolver! Was ist noch irgendwo einer? Tot! Okay! Ich hab keine Reise frei! Oh! 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 Ich hab nur fünf! Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Das ist noch eigentlich der Waffe! Schimmischer! Oh! Hinweil gescheitert! Hä? Auch keine! Scheiße! Jo! Die Zone! Denk, bleibt da oben ruhig! Wegen der Zone! Wir müssen gleich wieder zurück! Ich muss ein Muni sammeln! Oh! Oh! Oh ne blauer Hammer! Der liegt! Auch tot! Ich bin genervt davon, dass ich keine Waffe finde! Keine Weitschusswaffe! Brigitte, komm mal zu mir. Wo bist du denn? Hier. Wo? Stefan, welche Moni brauchst du? Alle. Wo ist der, Nadine? Komm, ich gebe dir was ab. Ich habe markiert, der ist direkt da im Gebäude an der Tür. Ich habe eine Krone, habe ich dir schon gesagt. Ich habe auch gerade gesehen. Hinten, da mal Ruhe. Geh, der ist weg. Ja, vor mir. Ja, geht doch. GG. Ey, ich muss doch mal gucken. Mach mal nochmal. Ich habe 8 Kills. Ich habe in dieser Runde, sage und schreibe, 15 Kills gemacht. Let's try. Geht ihr alle in ein neues Gebiet rein, oder was? Boah. Bisschen am Arsch. Die ganze Lobby ist hier gelandet. Vor mir direkt. Ich habe Jamal, 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 Jamal getötet. Mehrere. Uh, Baby. Tankstelle wecke, ja. Ich komme zu dir, Schatz. Halt durch, Schatz. Der eine liegt, aber da ist noch einer. Der liegt. Hinter dir ist noch einer. Mach tot. Mach tot. Ich kann nichts. Mach tot doch, bitte. Freie Bahn. Ich habe nichts zum Schießen, der Gutes. Mein Muni ist leer von der... Jetzt haben wir hier aber gut aufgeräumt. Ey, 4 Kills, Junge. Uh. Ich habe die Tankstelle in die Luft gejagt. Das ist Medipack. Lol. Lichter in der Luft. Ich denke gerade, hä, was für ein Lichter. Ja, da hinten, da sind so Lichtstrahlen. Nein, da sind keine Lichtstrahlen. Natürlich. Veräppeln. Das ist ein Leuchtturm. Nein, Dark. Hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Strahlen im Himmel. Neben dem Leuchtturm. Links daneben. Oben auf dem Dach. Die Strahlen, die in den Himmel gehen, die hin und her tanzen. Ach so, das ist einfach Scheinwerfer da oben. Oh, lol. Was ist denn los mit dir? Strahlen. Ja. Strahlen. Ja. Können wir jetzt weitergehen? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir können doch jetzt schon... Wir gehen keine Crossroad, okay? Aber hier ist noch ein Fisch. Ey. Oh, ich wollte mal gucken, ob du mich bemerkst. Hier oben ist ein Bot. Habt ihr den? Nö. Oh, die Kämpfe gegen Graf. Da hinten ist einer auf jeden Fall. Jetzt ist der Bergdamm hochlaufen. Ja, warum wartet ihr da nicht mal einen Moment auf uns? Ich warte doch schon. Ich gehe da nicht hin. Da vorne ist noch einer vor mir direkt. In dem Gebauten? Er hat gerade nach mir geschossen. Das hat sich eingebaut direkt. Wir haben ihn nochmal getroffen. Nochmal. Schild ist fast weg von dem. Den da, oder von wem redest du? Du markierst ja nie. Ich habe da markiert. Ich sehe hier keine Markierung, wo ich bin. Ja, da war aber gerade eine Markierung. Die ist da hinten. Da auch 411 Meter in die andere Richtung. Da hinten ist sie. Ich habe da, wo du jetzt bist, den Typ. Da habe ich gerade drauf geschossen. Mit meiner Striker-Selfen-Gewehr. Ja, ich habe hier alles. Hinter uns. Oh, ich liege wegen Tankstelle. Warte, Feuer. Es ist Feuer, hier war's. Wo bist du, Stefan? Ist gut, Brigitte. Nur mal sicher, Alter. Boah, richtiger Pro-Gamer hier, ey. Wenn wir Wollern spielen, kann ich dir dann ein paar Tipps geben. Aber nicht on Chat, glaube ich. Äh, stopp, stopp. Ich darf einfach nur aus Versehen. Aber aus Versehen. Ich schieße er nach mir, genau vor mir. Kraftstellen, sind wir alle da? Oh, da schießt jemand Böse nach mir. Ja, gegenüber. Ich sehe nichts im Nebel. Ah, da. Wir sind am Stein. Das war's wieder mit meinem Schild, Mann. Da sind noch mehr, ne? Da. Hier ist kein Nebel, Leute. Kommt. Über uns. Oh, hier ist eine blaue Hammer, wer die haben will, Leute. Schnell. Ich habe eine blaue Hammer. Da oben sind die alle. Wo? Der hat mich weggeballert. Achtung, Achtung. Ich bin immer da oben. Boah, der hat mich weggemacht. Boah, ich habe den gar nicht gesehen, Junge. Versuch mal das. Dreck vor mir. Und ist tot. Ich habe ein Schild, fast. Was ist da, komm, welche geflogen? Hinter dir. Direkt hinter uns. Krone am Start. Wunderbar. Kann ich mich hier irgendwo heilen, mag ich schnell? Unten ist etwas gebaut. Der stirbt ja auch in der Zone jetzt. Habt ihr was? Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Ja. Da unten kommt der nächste am Stein. Der schützt sich aber vor dem anderen gegenüber. Komm, geh mal raus, hör. Da unten ist noch einer. Tot. Meine Krone. Schatz, Hilfe doch. Schnell schießt. Du bist noch raus. Du sollst schießen. Nicht laufen. Schießen. Schießen da oben. Ich bin noch nicht. Da läuft die. Einfach draufballern. Da liegt noch eine Krone, Schatz. Oh, mein Herz. Mein armes Herz. Da oben ist er doch. Guck mal, Kriegfeld in der Nase. Außerhaltungsspray. Da war er. Wer hat denn den jetzt erschossen? Hast du den jetzt erschossen? Stefan. Ich habe ihn geschossen, aber ich weiß nicht, wer den erwischt hat. Ich habe die Mauer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vier Eliminierungen. Wow. Ich habe eine. Dann habe ich den erschossen. Ich habe nämlich eben nur drei gehabt. Ich habe zwölf. Wie habe ich das gemacht? So, ich kann gleich schon aufhören. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr. Oh, ich habe schon. Oh, oh, oh. Da geht es aber los hier.